WDR 5 Das Philosophische Radio mit Jürgen Biebicke Freunde der Weisheit, guten Abend. Der letzte Satz in einem dicken Buch lautet Eine bessere Welt ist möglich. Und sie lässt sich darin erkennen, dass ihr zentraler Maßstab nicht mehr das Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und Antworten. Hartmut Rosa hat diesen Satz geschrieben, mein heutiger Gast, und er ist bekannt geworden als Beschleunigungstheoretiker. Er hat analysiert, wie moderne Gesellschaften immer mehr in der gleichen Zeit erledigen wollen. Und irgendwann stand natürlich die Frage für ihn im Raum, wenn Beschleunigung das Problem ist. Ja, was ist dann die Lösung? Wie kommen wir raus aus der Logik der ständigen Steigerung? Das wäre dann auch die Frage für Sie heute Abend. Sie sind eingeladen, dazu ein paar Worte zu sagen. Entweder per Telefon unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder Sie schreiben an philo.atwdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Die Antwort von Hartmut Rosa lautet Resonanz. Und so heißt auch sein neues Buch. Er wird uns erklären, was mit diesem Begriff Resonanz gemeint ist. Guten Abend, Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Also bevor wir uns um die bessere Welt kümmern, sollten wir erstmal einen Blick werfen auf die jetzige. Die lässt sich tatsächlich beschreiben über das Beherrschen und Verfügen? Ja, das glaube ich schon. Also naja, also zunächst mal könnte man sagen, beherrschen tun wir sie eigentlich gerade gar nicht. Im Gegenteil, sie läuft uns in allerlei Hinsichten weg und wir können sie gerade nicht mehr kontrollieren. Aber es geht mir da weniger um die Frage, inwiefern oder wie sehr wir die komplexen Prozesse, gerade die politischen Prozesse wirklich kontrollieren können, als vielmehr um die Haltung, mit der wir an Dinge herantreten. In unserem Alltagsleben, aber auch in der Technik zum Beispiel, in der Wissenschaft und tatsächlich auch in solchen Sphären wie Politik und Recht. Ich glaube, da geht es immer darum, Welt in Reichweite zu bringen, verfügbar zu machen, dann auch zu erforschen, zu kontrollieren, zu regulieren. Das ist eine bestimmte Haltung, mit der wir der Welt gegenüber treten. Und ich glaube, da liegt schon ein Grundfehler. Gibt es denn einen bestimmten Punkt, den man im Nachhinein in der Rückschau erkennen kann, von dem ab Beschleunigung ein Problem geworden ist? Also das ist wahrscheinlich schwierig, wenn man es versucht, auf eine Haareszahl oder so festzulegen. Ich glaube, das würde nicht gehen. Aber ich glaube, es gibt einen Umschlagpunkt, wenn man ihn in logischer Hinsicht betrachtet. Und der lässt sich so bestimmen, dass diese Beschleunigung oder ich würde inzwischen auch sagen, die Dynamisierung von Welt, das in Bewegung setzen von Dingen, was wir beobachten können in Prozessen der Beschleunigung, gerade auch der technischen Beschleunigung, aber auch des ökonomischen Wachstums und der Innovation, der wissenschaftlichen und technischen Innovation, das trägt zunächst mal ein großes Versprechen in sich, dass die Dinge anders werden. Eigentlich, dass Welt und Leben besser werden. Und das sieht man im 18., im 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als großes Versprechen und als Verheißung, dass also Steigerung, auch Optimierung, Welt und Leben besser machen. Also zunächst mal verändern und dann besser machen. Und der Umschlagpunkt ist dort erreicht, wo wir uns steigern müssen, gar nicht, weil wir hoffen oder wünschen oder sehen, dass Dinge besser werden, sondern wo wir uns nur noch steigern müssen, damit wir das erhalten können, was wir haben. Also zum Beispiel im ökonomischen Betrieb, da wo uns klar wird, uns dämmert und das unsere politischen Programme steuert, dass wir unbedingt Wachstum brauchen, nicht um irgendwo hinzukommen, was Neues zu tun, sondern um unsere Struktur zu erhalten, um Arbeitsplätze zu erhalten und Firmen zu erhalten. Und so ist es ja auch im Alltag oft. Dass wir Beschleunigungstechnologien brauchen, gar nicht um die Welt besser zu machen, sondern um noch mitzuhalten. Das ist der Umschlagpunkt. Gut, und wir haben ihn hinter uns. Das fürchte ich, ja. Da bin ich aber nicht sicher, ob da jeder einig mit Ihnen ist oder ob es nicht auch, ob man nicht auch ein Loblied auf die Beschleunigung singen müsste, dass sie etwas Tolles ist, dass sie Leben bereichert, dass sie das Morgen anders aussehen lässt als das Heute. Doch, also ich glaube, dieses Loblied kann man singen. Die Akzellerationisten haben es ja gerade auch nochmal versucht zu tun, wenngleich ich glaube, ihr Text ist da auch ambivalent. Aber das will ich ja auch sagen. Eigentlich will ich ja raus aus dieser einfachen Gegenüberstellung von Beschleunigung böse und Entschleunigung gut. Das habe ich auch eigentlich nie sagen wollen. Und genau deshalb war mir auch diese Entschleunigungsideologie immer ein bisschen suspekt. Welt in Bewegung setzen, sie zu dynamisieren, ist verknüpft mit unserer Erfahrung von Glück und von Freiheit. Und sie hat uns erstmal auch große Möglichkeitsräume eröffnet. Und sie tut es übrigens auch noch immer, auch wenn man außerhalb Europas guckt, in China oder in Indien beispielsweise, ist diese Dynamisierung von Leben und Gesellschaft noch immer verknüpft mit einer großen, auch mit einem gewissen Freiheitsversprechen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber trotzdem hängen heute, jedenfalls in den sogenannten entwickelten Gesellschaften im Westen, an den Steigerungsideen in aller Regel nicht mehr Hoffnungen der Verbesserung von Lebensqualität, sondern so ein gewisser Fatalismus, dass man sagt, naja, na klar wird die Wirtschaft weiter wachsen oder jedenfalls eigentlich sagen wir doch, sie muss wachsen, damit Welt besser wird. Ich glaube, man kann diesen Umschlagpunkt, nachdem Sie gefragt haben, ganz gut daran messen, dass heute ziemlich flächendeckend in den westlichen Gesellschaften die Elterngeneration nicht mehr in dem Bewusstsein lebt, dass sie hart arbeitet und sich anstrengt, damit die Kinder es einmal besser haben, sondern dass sie alle sagen, also alle vielleicht nicht, aber eine ganz große Mehrheit, wir müssen alles tun, was wir können. Genau genommen, bevor die Kinder geboren sind, müssen wir sie schon fördern mit Unterwassergymnastik und vielleicht mit Bachbeschallung, damit sie das halten können, was wir haben, damit es ihnen nicht schlechter geht. Dieser Umschlagpunkt. Aber dieses Haltenwollen steht ja im Widerspruch zum Geist und zur Logik der Beschleunigung. Das ist das sozusagen, worauf ich als Soziologe den allergrößten Wert legen möchte, dass wir das erkennen müssen, dass wir haben heute so etwas wie, nein, wir haben seit 200 Jahren eine kulturelle Formation, die ihre Stabilität, die institutionelle Stabilität, also dieses ökonomische Regime, Arbeitsplätze zum Beispiel, aber auch den Wohlfahrtsstaat, so wie er funktioniert, nur durch Steigerung erhalten kann. Also wir können Arbeitsplätze nur erhalten, wenn wir jedes Jahr ein bisschen wachsen, ein bisschen Produktivität steigern, wenn wir innovativ bleiben. Und wir können auch den Sozialstaat nur so erhalten. Und das bedeutet, wir müssen jedes Jahr eine Schippe drauflegen, also beschleunigen, damit die Welt so bleiben kann, wie sie ist. Und mit Welt meine ich jetzt so etwas wie die ökonomische Struktur, Arbeitsplätze, Firmen, dann aber auch den Staatshaushalt und auch den Wohlfahrtsstaat. Und eine gleiche Logik haben sie im Wissenschaftssystem. Also Steigerung zum Zwecke der Systemerhaltung, das habe ich mit dem Begriff des rasenden Stillstandes, den ich in der Virilio-Übersetzung entlehnt habe, versucht zu beschreiben. Sie nennen das eine Logik, aber eigentlich ist es ein Paradox. Also wie soll etwas dadurch erhalten bleiben, stabil bleiben können, wenn es ständig dynamisiert wird? Ja, das ist ein Paradoxon, das ist, glaube ich, das große Paradoxon unserer Zeit. Aber es erklärt sich darüber, dass zwischen dem, was rast und dem, was stillsteht, eine kleine Differenz ist. Was stillsteht, ist die politische, ökonomische, die sozioökonomische Struktur unserer Gesellschaft. Ja, die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert. Nämlich durch permanente Kapitalbewegung. Und das Kapital kommt nur in Bewegung, wenn es ein Versprechen auf Steigerung gibt. Das ist eigentlich eine alte Marxische Idee, wobei man kein Marxist sein muss, um das zu erkennen. Geld wird nur investiert, kommt nur in Bewegung, wenn es ein Versprechen, eine Aussicht auf einen Gewinn gibt, auf eine Rendite, die es abwirft. Sonst passiert ökonomisch gar nichts. Wenn ich also die Ökonomie, den ökonomischen Betrieb, das Wirtschaften, so wie es ist, erhalten will, muss ich ein Steigerungsversprechen machen. Das sagen Sie so. Und das sagen ganz viele. Und trotzdem wirkt es so seltsam absurd. Denn wenn Sie jetzt kein Soziologe wären, sondern sagen wir mal Schuhfabrikant. Und Sie hätten jetzt im Jahr 2016 das Ziel, 10.000 Paar Schuhe herzustellen. Dann könnten Sie, das sagen Sie uns gerade, nicht im nächsten Jahr hingehen und sagen, ja, das Jahr ist gut gelaufen, ich mache wieder 10.000 Paar Schuhe. Ja, das Problem ist natürlich, dass Sie, nein, man produziert ja immer für einen Markt. Das heißt, ich muss auch entsprechende Abnehmer finden. Und wenn ich jedes Jahr die gleichen 10.000 Schuhe herstelle, dann wird es mir nicht lange gut gehen. Also die Idee ist, oder das ist eigentlich nicht Idee, sondern ich stehe in vielerlei Hinsicht im Wettbewerb mit Konkurrenten, die die gleichen 10.000 Paar Schuhe nächstes Jahr billiger herstellen können wahrscheinlich, wenn ich nicht selber nachrüste. Oder die mit neuen Schuhen auf den Markt kommen und dann meine Schuhe verdrängen. In diesen beiden Hinsichten bin ich permanent aufgefordert, entweder ein paar Leute zu entlassen und trotzdem 10.000 Schuhe zu produzieren oder mit besseren Maschinen oder mit besseren Herstellungsmethoden mehr Schuhe zu produzieren, um mehr Marktanteile zu erwerben. Oder aber neue Schuhe auf den Markt zu bringen, die dann auch im nächsten Jahr noch attraktiv sind. Das sind drei Hinsichten, in denen ich ständig unter Steigerungszwang stehe. Ich glaube wirklich, dass diese Idee, dass man jetzt eine Nische hat, das ist eine alte Illusion, die wir in der Wirtschaft, übrigens auch in allen anderen Lebensbereichen sehen. Jetzt habe ich genug, mehr brauche ich nicht. Genau diese Welthaltung, deshalb heißt mein neues Buch im Untertitel, eine Soziologie der Weltbeziehung, ist eigentlich strukturell fast verunmöglicht worden. Sie sehen das sehr schön an den Technologien, weil wenn Sie, als ich meine ersten Computermodelle gekauft habe, habe ich das genau in dem Bewusstsein getan, dieses Gerät ist gut genug, mehr brauche ich nicht. Das reicht mir jetzt für die nächsten Jahre, vielleicht bis ans Lebensende oder auch für ein Smartphone oder so. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt zu wissen, in zwei oder drei Jahren brauche ich ein neues. Warum? Weil ich dann noch mehr machen will? Nein, weil ich sonst den Anschluss verliere, den Kontakt verliere. Also diese Art von den Status Quo erhalten, zum Beispiel in sozialen Netzwerken durch Steigerung, durch ein neueres, besseres Gerät. Das ist etwas, was wir in unserem Alltagsleben sogar beobachten. Ja, also diese große Logik schlägt dann auf den Alltag durch und dann kann man überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel zum Telefonieren so einen alten Knochen hat und man hängt an dem Gerät. Irgendwann kriegt man einen Anruf von der Telekom, die einem dann sagt, leider müssen wir ihr Gerät ausschalten oder die analogen Leitungen werden nächstes Jahr abgestellt. Sie müssen jetzt digitalisieren, da gibt es auch ganz harte Zwänge. Ich habe schon überlegt, ob man nicht das alte Modell gezielt auf Vorrat kauft. Ja, manche tun das auch bei Glühlampen oder so, hat man es ja versucht. Ja, aber das ist eben, das haben Sie eingangs gesagt, das ist ein Konzept, was nicht funktioniert und Sie hassen es vermutlich inzwischen als Entschleuniger präsentiert zu werden. Ja, absolut. Warum sind Sie kein Entschleuniger? Eigentlich inzwischen habe ich ein ganzes Arsenal an Gründen dafür. Ich meine, vielleicht ist das sogar der wichtigste. Es gibt zwei wichtige Gründe. Der eine Grund ist irgendwie der, dass ich glaube, es ist eine große Illusion zu denken, wir können alles so lassen, wie es ist und nur langsamer machen. Ich begegne dem oft bei den verschiedensten Parteien, ehrlich gesagt, quer durch das Parteienspektrum hinweg in der Politik, die dann sagen, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Innovation, wir wollen mehr Wettbewerb zwischen Schulen und Kindergarten um allem möglich. Aber gleichzeitig machen wir Zeitpolitik, die das Leben langsamer macht und den Menschen mehr Zeitsouveränität gibt. Und da glaube ich, kann ich wirklich ziemlich gut zeigen mit den Mitteln auch der Sozialforschung, dass das nicht geht, weil Steigerung und Wachstum und Wettbewerbsverschärfung automatisch verknüpft sind mit dem Drehen an der Zeitschraube. Zeit ist nicht eine isolierte Dimension, dass man sowas machen kann wie eine Wirtschaftspolitik oder Verkehrspolitik und vielleicht eine Erziehungspolitik und dann noch eine Zeitpolitik. Die Zeitpolitik läuft da quer. Das heißt, wir können nicht nur langsam machen und alles andere lassen. Und das andere ist, dass ich glaube, Langsamkeit ist kein Selbstzweck. Es geht uns nicht darum und auch denen, die eigentlich sich auf die Entschleunigungsseite schlagen, denen geht es gar nicht darum, dass alle Prozesse langsamer werden. Eine langsamere Feuerwehr oder ein langsamerer Notarzt oder ein langsameres Internet. Das würde alle nur nerven. Wenn wir Langsamkeit sagen, glaube ich, meinen wir eigentlich was anderes. Nämlich eine andere Art und Weise, in der Welt zu sein, mit den Dingen in Kontakt zu treten, mit den Menschen in Kontakt zu treten, Natur wahrzunehmen und auch zu uns selbst verhalten. Und deshalb habe ich in dem neuen Buch versucht, genau darauf das Augenmerk zu legen. Es geht um die Frage, welche Beziehung zu Menschen, zu Dingen, zur Natur und zu uns selbst die richtige ist und wir anstreben. Und ich glaube, einfach nur in der Dichotomie langsam schnell zu bleiben, ist da nicht hilfreich. Naja, die beiden, das sind kommunizierende Röhren. Und ich könnte ja zum Beispiel partiell in meinem Leben in diesen Modus der Langsamkeit gehen, damit ich dann hinterher wieder Tempo aufnehmen kann. Ja, ich habe da auch, ich habe jetzt nichts grundsätzlich dagegen oder gegen Versuche, auch mal langsam zu machen und in seinem Leben so etwas wie Entschleunigungsoasen oder Entschleunigungsbereiche zu verschaffen. Das stimmt schon. Ich habe allerdings in dem schon in dem Beschleunigungsbuch versucht zu sagen, wenn man es so begreift, wie Sie es gerade vorgeschlagen haben. Dann wird natürlich Entschleunigung selber zu einer Beschleunigungstechnologie. Also viele Menschen erzählen einem ja auch genau das. Ich kann das hohe Tempo in meinem Leben nur durchhalten, wenn ich abends eine halbe Stunde meditiere oder wenn ich im Sommer drei Wochen ins Kloster gehe. Da dient diese Phase der Langsamkeit, die drei Wochen im Kloster oder die halbe Stunde am Tag, eigentlich der Steigerungsfähigkeit, der Optimierung im Rest des Lebens. Wogegen ja individuell nichts zu sagen ist. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ja, aber man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass wir denn eine Symmetrie zwischen den Beschleunigungs- und den Verlangsamungstendenzen hätten sozusagen, sondern auch die Verlangsamung, die Entschleunigungsmomente dienen eigentlich der Steigerung. Und überhaupt ist mir aufgefallen, dass wir dazu neigen, solche Gegen-Oasen zu bilden. Man kann die Resonanz-Oasen oder auch Entschleunigungsoasen nennen. Also den Alltag, der ja auch die Sphären der Wirtschaft, der auch der Bildung, der Pflege, sogar der Wissenschaft und des Rechts betreffen. Dort leben wir verdinglicht, wenn Sie so wollen, beschleunigt, effizienzorientiert, steigerungsorientiert. Und dann versuchen wir uns so kleine Gegensphären zu schaffen, in denen wir uns und die Welt ganz anders erleben. Aber ich glaube, dieses Hin- und Herkippen zwischen einem entschleunigten Slow-Food-Mahl vielleicht am Samstag und dem beschleunigten Fast-Food im Rest der Woche, das ist nicht das, was ich unter einem gelingenden Weltverhältnis mir vorstelle, weil es zu sehr zwischen zwei Extremen hin- und herkippt. Also, bevor wir auf Ihren Begriff der Resonanz zu sprechen kommen, will ich Ihnen mal zu hören geben, was Priska Mielke geschrieben hat. Vor ein paar Tagen, schreibt sie, habe ich gehört, dass in Großbritannien jetzt bei besonders viel Betrieb per Durchsage dazu aufgefordert wird, auf den Rolltreppen stehen zu bleiben, weil letztlich so alle schneller ans Ziel gelangen. Das widerspricht zwar der Intuition der meisten Menschen, ist jedoch wissenschaftlich erwiesen. Ich denke, das ist symptomatisch für viele unserer Alltagserfahrungen im Bereich Rationalisierung und Beschleunigung. Da möchte man irgendetwas blitzschnell online erledigen und hat schließlich beinahe eine Dreiviertelstunde im Internet gesurft. Und dann wählt sie noch einige andere Beispiele und am Ende schreibt sie dann, ich muss in diesem Zusammenhang immer an die schöne Anekdote mit dem Touristen denken, der den Fischer, der gemütlich neben seinem Boot in der Sonne liegt, fragt, warum er denn Faulenze anstatt zu arbeiten? Dann könne er sich irgendwann ein größeres Boot kaufen und in seiner Freizeit am Strand die Sonne genießen. Der Fischer zieht sich den Hut noch ein wenig tiefer ins Gesicht und antwortet, das tue ich doch gerade. Ja, das ist in der Tat eine schöne Geschichte. Mit der habe ich mein Beschleunigungsbuch auch eröffnet im Vorwort. Man muss allerdings sehen, dass die auch ein ganz klein bisschen in die Irre führt. Einfach deshalb, weil der Fischer sozusagen, also der einfache Fischer, der kann gar nicht anders als fischen und am Strand liegen. Der hat keine anderen Möglichkeiten, wohingegen der Fischer, der sozusagen dann viel Geld gemacht hat, indem er sich große Boote gekauft oder dann irgendwann auch leisten konnte. Der hat noch ganz andere Möglichkeiten. Der kann auch wegfahren. Der kann sozusagen außer in der Sonne düsen eben viele andere Dinge tun. Und ich glaube, da kann man ganz viel. Er gewinnt Optionen, wie wir heute sagen. Er hat viele Optionen. Aber ich glaube, inzwischen in meinem neuen Buch habe ich versucht, da für noch einen anderen Begriff zu finden. Ich nenne das Vergrößerung der Weltreichweite, weil das genau schlägt der Tourist dem Fischer auch vor. Wenn du viele Ressourcen erwirbst, dann kannst du deinen Möglichkeitshorizont erweitern. Du kannst dann weit weg fahren. Du kannst dir vielleicht ein Haus leisten, viele Dinge leisten. Du bringst dir Welt in Reichweite. Und man muss unbedingt sehen, dass das ein großes, eine große Versprechen, auch eine Verlockung und Verheißung für moderne Menschen ist, die auf der Seite von uns Individuen, glaube ich, das Beschleunigungsprogramm auch antreibt, diese Hoffnung, mehr Welt verfügbar zu machen, mehr Welt in Reichweite zu bringen. Die treibt uns an. Und natürlich hat der Tourist recht, der Fischer könnte auf diese Weise mehr Welt in Reichweite bringen, dass er dabei auch vielleicht was verliert, nämlich die Muße, die er vielleicht da genießt im ursprünglichen Zustand. Das steht uns dabei meistens nicht vor Augen und das soll diese Anekdote deutlich machen. Hans Krüger meldet sich aus Osnabrück. Guten Abend, Herr Krüger. Guten Abend, Herr Wiebeck und Herr Rosa. Hallo. Ja, den Beitrag, den ich dazu zu leisten habe, der geht so ein bisschen ins Rechnerische und führt dazu ganz klar einsichtig, dass es ein ewiges Wachstum überhaupt nicht geben kann. Und auch die Natur macht das nicht. Die Natur erreicht immer nur Gleichgewichtszustände. Es verändert sich schon mal was. Es verändert sich mal eine Population. Die Dinosaurier sind mal ausgestorben. Dafür ist was anderes gekommen. Aber es gibt niemals ein ewiges Wachstum. Selbst Bakterien, die sich exponentiell vermehren, machen das nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, bis sie sich dann so stark vermehrt haben, dass sie ihren Wirt auffressen. Und dann hört das Ganze auf. Ich will Ihnen das zahlenmäßig an einem Beispiel nochmal sagen. Sie haben das durchgerechnet, wann wir kein Wachstum mehr haben werden? Das haben wir eigentlich jetzt schon nicht mehr. Aber nur, dass das nicht ewig geht. Wir reden immer von zweieinhalb Prozent Wachstum pro Jahr. Heißt es immer, egal ob ökonomisch oder auch was Geschwindigkeit oder Denken oder was alles. Es kommt immer runter. Es ist alles das Gleiche. Zweieinhalb Prozent bedeutet eine Verzehnfachung in 100 Jahren, weil man das exponentiell rechnen muss. Also bitte nicht zweieinhalb Prozent mal 100, das sind 25 Prozent. Nein, nein, Sie müssen 1,5 Prozent. Zinseszinsen drauf. Weil sie ja immer mit Zinseszinsen arbeitet. Also Verzehnfachung mit 100 Jahren. Das heißt, ich vergleiche mal beispielhaft gerne den heiligen Josef, seinerzeit Zimmermann, ein ordentlicher, braver Mann. Dann hat er diese junge Frau gehabt, dann kam da so ein Junge, wo er nicht genau wusste, wie das wohl zustande kam. Aber er war ein anständiger Kerl, er hat ihn nicht verstoßen. Selbstverständlich war der Junge eben sein Junge und da hat er gearbeitet brav und hat, um die Familie zu verändern, vielleicht pro Woche einen Stuhl gemacht. Ich denke, das kann einen Zimmermann. Und wenn er jetzt, er oder seine Zunft, dieses Wachstum haben sollte, müsste er nach 100 Jahren, er dann nicht mehr selber, wie man anders, pro Woche 10 Stühle machen. Nach 200 Jahren pro Woche 100, nach 300 Jahren 1000 Stühle pro Woche. Nach weiteren 300 Jahren sind wir erst im Jahr 600, eine Million Stühle pro Woche. Im Jahre 900 eine Milliarde Stühle pro Woche. Im Jahre 1200. Noch mehr Nullen müssen Sie gar nicht dranhängen. Wir haben die Logik verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Jetzt würde mich nur interessieren, Hartmut Rosa, jetzt würde mich Folgendes interessieren an dem Argument von Herrn Krüger. So gut er das gerechnet hat, es entspricht eigentlich auch unseren Intuitionen. Ich würde mal behaupten, eigentlich weiß jeder das Wachstum nicht ewig weitergehen kann. Mit Ausnahme der Ökonomen, die tatsächlich auf die Frage, wann ist es denn groß genug, dass Bruttosozialprodukt sozusagen eigentlich keine überzeugende Antwort haben. Natürlich werden die sagen, naja, wir bauen ja eben nicht immer Stühle. Es gibt eine Alternative zu der Milliarde Stühle, dass wir nämlich die Stühle besser machen. Es geht ja eigentlich um Wertschöpfung, um eine Vermehrung in der Dimension. Und da glaube ich eigentlich, also dazu denke ich zwei Sachen. Das eine ist, wir sollten gar nicht nach der absoluten Grenze fragen, weil uns da natürlich ökologische Grenzen in den Sinn kommen. Und dann stellen wir fest, ja noch nicht mal das Öl ist vollständig erschöpft und möglicherweise können wir irgendwann Kernfusion hinkriegen. Deshalb würde ich den Blick eigentlich von diesen äußeren Grenzen lieber abwenden, weil ich denke, das erzeugt immer so ein emotionales Gefühl. Wir würden ja eigentlich gerne wachsen, aber wir dürfen nicht. Und ich würde eigentlich sagen oder ich möchte sagen, wir sollten gar nicht ewig uns steigern wollen. Vor allen Dingen nicht ins Blinde hinein. Allerdings hat die Argumentation, so sehr ich dir was abgewinnen kann oder so sehr die in sich auch richtig ist, einen ziemlich gravierenden Pferdefuß, dass man nämlich feststellt, die Steigerungslogik kapitalistischen Wirtschaftens insbesondere und übrigens auch dessen, was in der Wissenschaft passiert. Da haben sie ganz ähnliche Phänomene, dass Wissenschaft sich nur stabilisieren kann, wenn sie immer neues Wissenschaft mit immer neuen Programmen und mit immer mehr Publikationen. Da haben sie eine ganz ähnliche exponentielle Wachstumskurve. Aber das Problem ist... Ihre Bücher sind jetzt auch nicht gerade schlanker geworden. Da haben sie recht. Das Problem ehrlich gesagt ist, dass ein kapitalistisches Wirtschaften durchaus funktionieren kann ohne absolutes ökonomisches Wachstum. Wir sehen das in Japan der letzten Jahre und wir sehen es natürlich ganz dramatisch in Griechenland. Damit ist die Steigerungslogik nicht außer Kraft gesetzt oder die Kapitalakkumulationslogik. Sie geht dann aber sozusagen auf Kosten, dann wird sie fast parasitär. Dann wird der Selbstverwertungsprozess auch des Kapitals und die Steigerung auf Kosten einer Verlangsamung oder auf Kosten eines weniger Wertens am unteren Ende erzielt. Dann haben wir fast Phänomene eines parasitären Verhältnisses. Das heißt, selbst da, wo wir auf absolutes Wachstum verzichten, aber kann man die Steigerungslogik unter Umständen in Kraft lassen, aber dann wird es noch bitterer. Aber jetzt müssen wir, damit wir nicht bei der Analyse des Bestehenden alleine kleben bleiben, unbedingt auf Ihren Begriff der Resonanz zu sprechen kommen. Das klingt ja erstmal für einen Soziologen als Begriff einigermaßen esoterisch. Ja, also ich habe ganz viel Mühe in dem Buch verwendet, mich davon auch abzugrenzen, weil ich glaube zwar durchaus, dass ganz viele esoterische Sehnsüchte durchaus getrieben werden von der Vorstellung, dass es doch möglich sein müsse, noch auf eine andere Weise in die Welt gestellt zu sein und mit der Welt in Beziehung zu treten. Aber ich glaube, die Sehnsucht, die mag durchaus auch in allmöglichen esoterischen Kontexten zu finden zu sein. Aber ich möchte wirklich darauf beharren, dass Resonanz per se keinerlei esoterische Neben- oder Obertöne enthalten muss. Ich bin auf das Konzept gekommen, erstens, weil ich mich mit der Anerkennungstheorie nochmal beschäftigt habe, die mein Doktorvater, mein Lehrer war Axel Honneth, der irgendwie oder der die These vertritt, auch ein interessantes Buch geschrieben hat, Kampf um Anerkennung, in dem er sagt, im Leben, im sozialen Leben, aber auch darüber hinaus, geht es eigentlich immer darum, dass Menschen Anerkennung nicht nur haben wollen, sondern dass sie sie brauchen. Wir wollen geliebt werden von, zunächst von den Eltern, dann von Lebenspartnern und auch von Freunden. Wir wollen wertgeschätzt werden für das, was wir tun. Wir stehen nicht allein in der Welt. Genau. Und man kann ganz viel von dem, was wir tun, wie wir handeln, unsere Sehnsüchte, auch unsere Ängste erklären über Kampf um Anerkennung. Wir haben Angst davor, man ist achtet, herabgewürdigt zu werden und so weiter. Und ich fand das immer ziemlich plausibel, aber ich habe gedacht, es gibt eine Reihe von Praktiken, die wir machen oder von Dingen, die wir tun, auch von Sehnsüchten, die wir haben, die sich damit einfach nicht erfassen lassen. Also wenn einer sagt, ich muss einfach in den Wald am Sonntag oder wenn jemand Musik hört, vielleicht unter dem Kopfhörer oder Bücher liest oder sogar ins Kino geht, dann geht es nicht nur darum, dass wir als jemand anerkannt werden wollen, der diese Musik hört oder diese Filme sieht oder der in die Natur geht, sondern da machen wir eine Erfahrung, religiöse Menschen machen sie übrigens auch in der Kirche oder im Gottesdienst, die mit was anderem zu tun hat. Und dann habe ich mich gefragt, worum geht es denn da eigentlich? Warum ist zum Beispiel Musik so wichtig in unserer Kultur? Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, dass es da darum geht, uns auf eine bestimmte Weise mit Welt verbunden zu fühlen und sich in eine bestimmte Beziehung zur Welt zu setzen und zu bringen. Also Musik hören zum Beispiel, das ist ja paradigmatisch, Resonanz ist nicht zufällig ein akustischer Begriff. Da machen wir auch die Erfahrung, dass uns da etwas berührt. Unseren Panzer, wenn Sie so wollen, den Panzer der Verdinglichung und der Steigerung, das was der Steigerungslogik unterworfen ist, zu durchbrechen, uns wirklich berühren zu lassen und bewegen zu lassen und Resonanzbeziehungen haben genau diese Form. Etwas dringt zu uns durch und berührt uns in unserem Dasein. Aber Resonanz entsteht erst, wenn wir dann darauf auch antworten können und selbst in die Lage versetzt werden, da entgegen zu gehen und da draußen etwas zu erreichen. Sie haben jetzt, was uns sehr geholfen hat, mit einem Beispiel geantwortet. Aber gibt es den einen Satz, der ausschließen würde, was Sie mit dem Wort Resonanz meinen? Resonanz ist eine Form des Inbeziehung tretens zur Welt. Welt können Menschen sein, können Dinge sein, kann Natur sein. Eine Form des Inbeziehung tretens zur Welt, bei der wir uns existenziell als Wesen berührt fühlen und bei der wir in der Lage sind, die Welt da draußen auch zu erreichen, eine Spur zu hinterlassen. Aber wenn ich das in der Natur mache oder indem ich religiöse Praxis ausübe, wie Sie das gesagt haben, dann kann ich das tun, egal ob draußen gerade Kapitalismus oder sonst für eine Ordnung herrscht. Das ist doch etwas, was zum Menschen schon immer gehört hat. Das glaube ich nicht. Also die Art und Weise, wie wir mit Welt in Beziehung treten können, zum Beispiel mit Natur, hängt auch ab davon, wie in unserer Gesellschaft Natur erfahren und verarbeitet wird. Ich meine, das ist ganz interessant, wenn Sie sich unseren Umgang mit Tieren anschauen. Das ist tatsächlich so, dass viele sich Haustiere halten, Katzen zum Beispiel, sind großartige Resonanzwesen und Resonanzspender, die genau diese Form auch haben, dass sie in einem Moment der Unverfügbarkeit haben. Also Resonanzbeziehung bedeutet, ich begegne da einem anderen, was mit eigener Stimme spricht, über was ich nicht komplett verfüge, was ich auch nicht vollständig beherrschen und kontrollieren kann. Und eine Katze macht sowas. Ja, sie kommt häufig, sie schmiegt sich an und sie schnurrt, aber manchmal tut sie das nicht. Manchmal haut sie mir eine oder sie schnurrt wenigstens nicht. Und da kann ich also in meiner Resonanzoase so eine Beziehung herstellen. Aber in der Massentierhaltung oder in der Tierversuchsstation geht es eben nicht. Da haben wir es mit genauso intelligenten, lebenden, mit Augen ausgestatteten Wesen zu tun, wo wir in komplette Verdinglichung treten müssen. Anders können Sie weder den Job als Schlachter machen, noch den als Tierversuchsleiter. Und ähnlich ist es, wenn Sie als Förster durch den Wald gehen. Wie wir Natur zum Beispiel wahrnehmen und erfahren, in welches Verhältnis wir zur Natur treten, das ist nicht im Belieben des Einzelnen gestellt. Das ist gesellschaftlich organisiert. Sind Sie ein Romantiker, Herr Rosa? Gehen Sie davon aus, dass die Welt und unser Verhältnis zu ihr mal in Ordnung war und dann ist irgendetwas entgleist und wir müssen es wieder auf den alten Zustand zurückstellen? Nein, also das auf gar keinen Fall. Also ich war zunächst versucht zu sagen ja, weil ich glaube, die Romantik hat tatsächlich diese Sehnsucht und diese Ideen ganz klar ausformuliert. Die Romantik hat eigentlich gegen das, wenn Sie so wollen, Verdinglichungskonzept der Aufklärung. Wobei ich eben glaube, Verdinglichung ist ein ganz wichtiges Moment unserer Kultur. Ohne sie kommen wir nicht aus. Ohne sie hätten wir die ganzen Erfolge, die wir erreicht haben in Wissenschaft und Wirtschaft und Technik nie erreichen können. Trotzdem hat die Romantik genau dagegen Resonanzsensibilitäten nicht nur formuliert, sondern sogar erzeugt. Sie hat dieses Konzept der Natur als eine Antwortsphäre eigentlich erst in die Welt gesetzt. Und sie hat auch unsere, zum Beispiel die Kunst als solche autonomisiert. Die Kunst als ein anderes, das zu uns spricht, das uns etwas, das uns bewegt und berührt und uns auch verwandelt. Die verwandelnde Kraft von Kunst, das ist ein romantisches Konzept. Und sogar die, auch die Resonanzsphären von Geschichte oder von, selbst unsere religiöse Auffassung heute ist in der Romantik formuliert worden, aber vor allen Dingen, was wir jetzt noch gar nicht berührt haben, glaube ich eben, dass Resonanzbeziehungen nicht nur zu diesen umgreifenden Entitäten wie Natur, Kunst, Geschichte, Religion hergestellt werden, sondern auch im sozialen Bereich, dass wir Liebesbeziehungen als Resonanzbeziehungen uns vorstellen, wo die beiden Partner sich nicht verdinglichen, sondern genau gegenseitig in einen sensiblen Resonanzbeziehungen treten oder dass das Eltern-Kind-Verhältnis als Resonanzverhältnis gedacht werden kann oder Freundschaften als Resonanzverhältnis gedacht werden kann. Das hat die Romantik formuliert. Aber in diesem Sinne habe ich gar keine Berührungsängste zu Romantik. Zu denken, es hätte eine Zeit gegeben, in der die Welt resonant war und heute ist sie nicht mehr. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall, das ist immer falsch. Weil ehrlich gesagt, welche Zeit hätte denn das gewesen sein sollen? Wir sehen massive Verdinglichungsprozesse oder Entfremdungsverhältnisse, auch repressive Verhältnisse, wann immer wir den Blick senken auf die Geschichte in der Vergangenheit. Also ich glaube nicht, dass es jemals ein Zeitalter gab, in dem resonante Weltbeziehungen verwirklicht worden sind. Aber ich glaube, dass die Idee eines resonanten Weltverhältnisses sowas wie ein Leitstern sein kann oder eine regulative Idee, die es uns immer wieder erlaubt, sowas wie eine Kritik der Resonanzverhältnisse zu schreiben oder zu formulieren, die auf die bestehenden Weltbeziehungen und Verhältnisse guckt und dann darauf hinschaut, wo es da zu Entfremdungsphänomenen kommt und wo Resonanzmöglichkeiten liegen. Joachim Gerber schreibt an philoetw.de, ich möchte daran erinnern, dass das Phänomen der Resonanz auch in der Physik beheimatet ist und von dort her in die Musik wirkt. In der Physik bewirkt Resonanz, das Schwingen im Gleichklang, einen Verstärkungseffekt, der die gemeinsamen Schwingungsamplituden gegebenenfalls so groß werden lässt, dass es zu Resonanzkatastrophen kommt, etwa Brücken einstürzen oder dem Zerspringen von Glas. Und er denkt an die Blechtrubbe, an die berühmte Szene von Gras. Sollte man da nicht auch fragen, ob die Welt- oder Menschenbeziehung als Resonanz, um in der Metapher zu bleiben, nicht die Gefahr der Resonanzkatastrophe in sich birgt? Ich denke beispielsweise daran, dass die von Hartmut Rosa thematisierten Beschleunigungsprozesse uns wohl auch deshalb Probleme bereiten, weil grob gesprochen die Frequenzen der äußeren künstlichen Taktungen und die unserer inneren natürlichen Taktungen immer weiter auseinanderlaufen. Sie, die Frequenzen in Einklang, in Resonanz zu bringen, könnte die Probleme unter Umständen sogar noch verstärken. So, wenn Menschen mittels Psychopharmaka oder durch exzessive Körperoptimierung versuchen, sich besser den äußeren Taktungen anzupassen, meint Joachim Gerber. Das sind ganz viele und ganz kluge Gedanken jetzt mit drin. Dass wir natürlich versuchen, den Körper und auch den Geist übrigens äußeren Taktungen anzupassen, ist, glaube ich, völlig richtig. Also wir versuchen Ihnen ja auch sozusagen den Geist schneller hochzufahren mit Koffein oder Taurin oder anderen Sachen und dann abends wieder runterzufahren und dazwischen mit Schlaftabletten zum Beispiel und dazwischen mit Ritalin und anderen Sachen auf der Spur zu halten. Aber ich glaube, da haben wir es eigentlich mit Praktiken zu tun, die man als Reinformen der Verdinglichung sehen kann. Wir versuchen unseren Körper verfügbar zu machen, auch unseren Geist, die Prozesse unseres Körpers. Von mir aus können Sie sagen, die Frequenzen und sie anzupassen an äußere Erfordernisse. Deshalb glaube ich, das sind Phänomene, die ich gerade mit einer Kritik der Resonanzverhältnisse kritisieren will. Interessant finde ich diese andere Idee der Resonanzkatastrophe. Ich habe tatsächlich versucht, beide, ich glaube, es gibt zwei Arten von Resonanzkatastrophen. Die eine ist das, was der Hörer tatsächlich beschrieben hat, nämlich ein Aufschaukeln zur Katastrophe. Das aber, glaube ich, passiert eigentlich nur, man könnte das Synchronresonanz nennen, wenn alle tatsächlich im Gleichklang oder im Einklang in der gleichen Frequenz sich bewegen und dann aufschaukeln. Es gibt aber auch so etwas wie eine Response-Resonanz, also ein Aufeinander-Antworten. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, diese Art von Resonanz meint nicht Konsonanz. Moment, jetzt brauche ich ein Beispiel, sonst beginne ich mir durch. Na gut, es gibt übrigens ein sehr schönes Beispiel. Das kann jeder und jede für sich selber ausprobieren. Es ist gar nichts Esoterisches dabei, wenn man zwei Metronome nimmt und die leicht in unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen lässt. Das eine vielleicht mit 192 Schlägen pro Minute und das andere mit 180. Da gibt es auf YouTube, kann man sich das angucken. Und die dann nebeneinander laufen lässt auf einer harten Oberfläche. Dann ticken die eben nebeneinander her. Manchmal kommen sie kurz in Gleichklang, aber dann wird das Schnellere, das Langsamere wieder abhängen. Wenn sie die aber auf zwei Cola-Dosen stellen oder wenn sie ein dünnes Brett, ein biegsames, elastisches Brettchen, kann vielleicht ein Tablett sein oder sowas, auf die beiden Cola-Dosen, auf zwei Cola-Dosen stellen und die Metronome drauf, dann werden sie feststellen, dass die ganz schnell in den Gleichklang kommen. Und das Spannende daran finde ich, dass das ehrlich gesagt bringt das sehr viel von dem, was ich mit Resonanz sagen will, zum Ausdruck, nämlich die beiden Metronome reagieren aufeinander. Sie machen ihre Eigenfrequenz wirksam sozusagen. Sie üben das aus auf das andere. Sie empfangen aber auch die Impulse von dem anderen und kommen dann, indem sich nämlich das Brettchen und die Dosen zu bewegen beginnen, also in einem entgegenkommenden Resonanzraum, in einen Gleichklang. Und dieser Gleichklang kann man als Synchronresonanz beschreiben. Also, wenn jemand zufällig zwei Metronome zu Hause hat und auch noch Cola-Dosen und ein Brettchen, dann haben Sie jetzt zwei Minuten, um das auszuprobieren und dann können Sie sich hinterher gern melden. 0800 5678 und 3-mini 5 oder philo.atwdr.de. 0800 5678 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und viele andere Gäste und wir wollen überlegen, wie man in diesen doch einigermaßen depressiv gestimmten Zeiten neue utopische Funken schlagen kann. Der große Abend der Utopien am 21. Mai. Karten gibt es im Vorverkauf. Infos dazu auf philcolon.de. So, jetzt muss ich natürlich fragen, Hartmut Rosa, ob Resonanzverhältnisse, die Sie anhand von einigen Beispielen jetzt beschrieben haben, ob man darum Kämpfe führen kann, ob man sich vorstellen kann, dass es eine Resonanzbewegung gibt. Also eigentlich habe ich geschrieben, dass einer der Unterschiede zwischen dem Resonanzbegriff und dem Anerkennungskonzept, dass einer der Unterschiede genau darin liegt, dass man um Anerkennung kämpfen kann. Axel Hornets Buch heißt ja Kampf um Anerkennung. Aber ein Kampf um Resonanz in dem Sinne nicht möglich ist, weil eine Resonanzbeziehung, eine Offenheit verlangt von uns gegenüber anderen Menschen oder gegenüber Dingen, die immer auch mit Verletzlichkeit anher geht. Und in dem Moment, wo ich in den Kampfmodus gehe sozusagen, habe ich das immer schon wieder unterlaufen. Nichtsdestotrotz glaube ich, oder Kampf zwingt mich zur Schließung. Trotzdem glaube ich natürlich, dass man politisch darauf hinwirken kann und soll und von mir aus dafür kämpfen soll, dass das, was uns in einen Entfremdungsmodus zwingt, in einen Verdinglichungsmodus, nämlich die Steigerungsorientierung moderner Gesellschaften, dass wir das zu überwinden versuchen in Richtung auf resonantere Lebens- und Weltverhältnisse, dafür kann man glaube ich kämpfen. Und auf der Flagge stünde dann aber wahrscheinlich nicht Resonanz, weil es ein bisschen kompliziert wird. Na doch, also wahrscheinlich nicht, weil das jetzt per se immer noch natürlich ist. Es ist halt ein philosophisches Konzept. Aber ich glaube, wir brauchen sowas wie einen Kompass. Sie haben gerade den großen Abend der Utopie auf der Filcolon angekündigt. Was wir doch brauchen, ist etwas, was Sehnsucht erzeugt nach einem Ziel, wo wir hinwollen, bevor wir vielleicht schon den konkreten Weg haben. Und ich glaube, was viele Menschen heute fühlen und in vielerlei Hinsicht auch suchen, ist eine andere Weise des mit Welt in Kontakt tretens. Und ich glaube, dafür ist Resonanz schon ein ganz guter, sowas wie ein Kompass und ein guter Begriff. Ja, vielleicht ein kleiner Einspruch dazu, der nämlich zeigt, dass man auch mit den jetzigen Verhältnissen sich ganz gut einrichten kann von Bob Darwin aus Mein Sonntag, der geschrieben hat, Ja, ja und nein. Also die Frage ist, ich finde es ganz interessant. Ich finde es interessant, sich das anhand des Muße-Begriffs nochmal deutlich zu machen. Was ist Muße? Was der Hörer da gerade beschreibt, ist meiner Ansicht nach nicht komplett Muße. Muße ist das, was sich einstellt, wenn das Tagwerk vollbracht ist. Wir hatten dafür auch den schönen Begriff des Feierabends. Was bedeutet, für heute habe ich getan, nicht nur was von mir erwartet wird, was man vernünftigerweise von mir erwarten kann, sondern auch, was ich selber von der Welt haben wollte, was ich erledigen und tun wollte. Und das ist was anderes als zu entscheiden, ich mache jetzt nichts mehr. Ich lege jetzt mein Smartphone weg, weil das Problem ist, dass in dem Moment, wo ich im Biergarten sitze, ich immer noch weiß, dass zu Hause das Smartphone wartet, das mir eigentlich erlauben würde, noch diese Anfrage zu beantworten, noch jener Frage für mich selber zu beantworten, die ich im Internet vielleicht klären könnte oder einen Termin klären oder andere Dinge zu tun. Also die To-Do-List enthält immer noch Einträge, die wir theoretisch abarbeiten könnten und deshalb ist es nicht so einfach, in dieser Welt eine Entschleunigung im Sinne von Muße zu erleben. Und Sie sind sich wirklich sicher, dass sich nicht ganz viele mit diesen langen To-Do-Listen geradezu wohlfühlen? Nein, da bin ich mir nie... Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, es ist immer ein ambivalenter Zustand. Natürlich liegen wir... Nämlich auch eine Form von Anerkennung, die man dadurch bekommt, dass man sagt, oh, meine To-Do-Liste, um Gottes Willen. Ja, ja und nein. Also ich finde, da muss man beide Seiten ernst nehmen. Also erstens will ich ja nicht sagen, das will ich übrigens gerade nicht sagen gegen auch ältere kritische Theorie, alles ist katastrophal und alle Menschen sind immer zu deprimiert oder so. Ich glaube, das ist schon deshalb nicht richtig, weil Menschen einfach von Natur aus resonanzbegabt sind. Wir schaffen es immer wieder, das sieht man natürlich insbesondere an Kindern, deren Grundverhältnis zur Welt ist eines, das nach Resonanzen sucht, nach Antwortverhältnissen, nach Formen des intensiven Inbeziehung treten. Das verlernen wir auch nicht und das können wir unter allen Umständen tun. Und natürlich genießen wir volle To-Do-Liste, weil es uns übrigens ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt, von dem ich glaube, das ist eine Seite auch von Resonanzbeziehungen. Trotzdem ist es tatsächlich in einigen Bereichen alarmierend, besonders in vielen Arbeitskontexten, wo Menschen es eben nicht mehr als genussvoll erleben, weil sie sagen, ich kann... Also das wissen wir aus ganz vielen arbeitssoziologischen Forschungen, dass Leute sagen, mein großes Problem ist, dass ich die Arbeit nicht mehr gut tun kann. Ich arbeite eigentlich gern, aber ich kann nicht mehr unter den gegebenen Bedingungen die Sachen wirklich richtig und gut machen. Und das hängt übrigens nicht nur mit Zeitdruck zusammen, sondern auch mit den in allen Feldern gesteigerten Formen des Qualitätsmanagements, das nämlich versucht, alle Prozesse möglichst genau zu regulieren und immer Vorgaben und Zielvorgaben und Ergebnisse und Outputs schon mal zu definieren im Umgang mit Menschen und mit Dingen. Und Resonanz bedeutet sich auf eine Sache so einzulassen, dass ich nicht mehr genau weiß, was dabei das Ergebnis ist und was dabei rauskommt. Und diese Art von Beunruhigung und auch von Leiden an modernen Verhältnissen ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja, nun darf ein Begriff, den Sie untergeschmuggelt haben, nicht verloren gehen. Sie haben von Entfremdung gesprochen und das passt ja im Grunde zu dem, was Sie auch gesagt haben, dass wir im Prinzip, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, resonant beginnen. Und dann scheint aber doch jedenfalls, ist das ja die Gedankenfigur von Entfremdung, scheinen wir irgendwie aus dem Tritt zu geraten. Ich glaube, dass das ein ganz komplexer Prozess ist und ich habe in dem Buch auch sehr viel Wert darauf gelegt zu sagen, Entfremdung ist nicht per se etwas Schlechtes, es ist etwas Notwendiges. Also ich glaube tatsächlich schon, ein Embryo lebt eigentlich in Resonanzverhältnissen, weil es durchpulst wird von einem Blutstrom, der mit der Mutter verknüpft ist und den Herzschlag der Mutter erlebt und erfährt und auch die Stimme der Mutter hört. Also das ist ein eindeutiges Resonanzverhältnis. Und dann wird es geboren und es ist ein erster Entfremdungsschock, weil die Oberflächen jetzt plötzlich hart und kalt und starr, stumm sind. Und es entdeckt dann irgendwie seine Stimme oder irgendwann seine Stimme als neues Resonanzinstrument, mit dem es Mutter und Nahrung herbeirufen kann, sodass die Welt wieder antwortend und gütig wird, auch durch Hautkontakt zum Beispiel. Und dann entwickeln Kinder ein intensives Resonanzverhältnis zu ihrer Familie, zu ihrer Lebenswelt. Und in der Pubertät tritt eine neue Form der Entfremdung ins Leben, wo uns plötzlich sogar der eigene Körper fremd wird. Und die Familie, man fragt sich, was habe ich denn mit den Erzeugern zu schaffen? Und erst dann entfalten wir sowas wie eine eigene Stimme als Individuum und als Menschen, die sich dann neue Weltprovinzen wieder aneignen können. Also ich glaube, wir haben in den allermeisten Lebenssphären beides, Resonanzfähigkeit und Entfremdungserfahrungen. Aber die große Angst unseres Zeitalters, die große Angst ist, dass uns die Welt verstummt, dass es uns nicht mehr gelingt, sowas wie ein Resonanzdraht zur Welt aufzubauen, dass uns Menschen fremd werden, dass wir die Eigenschaft intensiv zu fühlen und zu erleben verlieren, dass wir immer stärkere Kicks brauchen, bis uns überhaupt noch etwas erreicht. Und der Radikalzustand davon, der heißt meiner Ansicht nach Burnout, weil das ist das Verlöschen, das Verstummen, das Taubwerden aller Resonanzachsen. Und das wissen nicht nur die, die ein Burnout erleiden, sondern ganz viele andere haben immer diese Sorge. Deshalb ist Burnout so ein Dauerthema in vielen Talkshows und in Zeitschriften und überall. Weil wir uns alle gemeint fühlen. Weil wir alle diese Angst kennen, dass uns die Welt verstummen könnte, dass wir die Fähigkeit, in Resonanz zu treten, verlieren. Christine Weidner aus Leverkusen schreibt, was ist Zeitverschwendung? Betrachten wir die Welt durch die ökonomische Brille, so erscheint uns nicht effektiv genutzte Zeit als verschwendete Zeit. Der Philosoph Eugen Fink hat in der Welt vier Bereiche wahrgenommen, von denen keiner die drei anderen bestimmen dürfe. Dies sind die Bereiche Kultur, Herrschaft, Arbeit sowie als viertes Liebe. Fink sagt, dass heute der Bereich Arbeit ein unangemessenes Übergewicht habe und der Mensch als homo ökonomicus betrachtet werde. Dies führe zu einer Schieflage. Es gibt aber auch noch die drei anderen Brillen. Zeit, in der ich einfach nur da sitze und vor mich hinschaue, muss nicht verschwendet sein. Die Welt ist mehr als das, was unmittelbar erkennbar Nutzen bringt. Das Leben hat eine Tiefe, schreibt Christine Weidner. Und ich glaube, das ist eine andere Variante von ihrer Idee von Resonanz. Ja, das glaube ich auch. Also es kommt irgendwie darauf an, diese Tiefe der Welt auch wirklich erfahren zu können. Und ich glaube übrigens, weil sie jetzt Liebe genannt hat als einen der Bereiche, wenn man da Familie hinschreiben würde, hätte ich, glaube ich, gar keine Einwände. Bei Liebe, glaube ich, da würde ich was mit Herbert Marcuse argumentieren. Denn der sagt, unser Weltverhältnis ist eigentlich ein prometheisches. Wir wollen Welt beherrschen und verfügbar machen. Genau darauf habe ich mit dem Schlusssatz, den Sie eingangs zitiert haben, auch gezielt. Und wir haben praktisch Liebe auf einen engen Bereich geführt, vielleicht nämlich auf den Interpersonalen und vielleicht sogar noch sexuell sozusagen kurzgeschlossen, sodass er dann sexuell genital abgeführt wird, schreibt Marcuse. Dagegen sagt er, brauchen wir vielleicht sowas wie ein erotisches Weltverhältnis. Weil Libido, Dinge zu lieben, ist ein Bestandteil von Resonanzverhältnissen. Wenn Menschen sich resonant mit ihrer Arbeit verbunden fühlen, dann sagen sie, ich liebe meine Arbeit oder ich liebe mein Engagement oder ich liebe das Singen im Chor. Ich glaube tatsächlich, dass Liebe als ein Moment von Resonanz eigentlich universalisiert gehört. Und zeitreich ist man tatsächlich, wenn man sie verschwendet. Und zeitarm ist man, wenn man sie ständig spart. Da ist eben Zeit, genau in dieser Hinsicht ist Zeit nicht wie gilt. Also ich habe ja das Gefühl, Herr Rosa, wenn jemand nicht mitgekriegt hat, wie Sie am Anfang der Sendung von mir vorgestellt worden sind, nämlich als Soziologe, dann hätte man das auch nicht geahnt, dass hier ein Soziologe spricht. Deswegen muss ich Sie mal ausdrücklich fragen, ob man diese Resonanz, die Sie in vielen Varianten jetzt versucht haben zu beschreiben, eigentlich messen kann. Also ich glaube nicht, dass Soziologie eine Wissenschaft ist, die ausschließlich über Messen funktionieren soll. Ich möchte Soziologie als eine Kulturwissenschaft verstehen, die beschäftigt ist mit den Deuten und dem Verstehen unserer Gesellschaft als eine gesellschaftliche Formation mit der Gesamtheit sozialer Verhältnisse. Aber ich glaube tatsächlich, dass Resonanz auch messbar sein könnte. Es gibt sowas bei bildgebenden Verfahren beispielsweise, wenn Sie wirklich sehen, also die versuchen deutlich zu machen, welche Hirnregionen aktiv sind. Da kann man dieses Berührtwerden von Dingen und auch darauf antworten mit einer entgegenkommenden Reaktion. Das kann man tatsächlich deutlich machen. Also ich kann sehen, ob ich Musik einfach nur wahrnehme als Geräusche oder ob die mir wirklich etwas bedeutet. Und das Gleiche kann ich zeigen, wenn ich Gespräche beobachte. Was sind die? Insofern könnte man sagen, man kann auf eine sehr extreme Weise Resonanz vielleicht messbar machen. Wobei das auch schon wieder was Verdinglichendes hat, wenn man ins Hirn schaut und dann irgendwelche Blinklichter sucht. Da ist ein Verdinglichungs-Definitiv-Moment, auch ein Verfügbarmachungs-Moment. Aber es gibt was anderes, was, glaube ich, jedem einleuchtet, nämlich leuchtende Augen. Jeder weiß, was man meint, wenn man sagt, und da leuchteten seine Augen oder da leuchteten ihre Augen. Zum Beispiel, ich habe einer Klasse was erzählt und die meiste Zeit waren die gelangweilt. Und da plötzlich begannen die Augen zu leuchten. Jeder weiß, was das bedeutet. Das ist nämlich so ein Resonanzmoment, wo sie nicht mehr um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, weil die plötzlich merken, das geht mich jetzt was an. Und dann auch selbst körperlich können sie richtig zeigen, wie dann Entgegenkommen stattfindet. Sodass ich schon mal vorgeschlagen habe, wir brauchen sowas wie einen leuchtenden Augenindex. Eine Gesellschaft ist dann gut, wenn sie es schafft, immer wieder leuchtende Augen zu produzieren und nicht diesen stumpfen, ausdruckslosen Blick, den wir vielleicht meistens im Supermarkt sehen. Ja, Sie haben ja vorhin angedeutet, dass Sie sich in der Tradition der kritischen Theorie sehen, dass Sie in diesen Schuhen laufen. Und ein berühmtes Wort, was Sie, glaube ich, dann heute durch Ihre Versuche versucht haben zu relativieren, ist ja, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und das sehen Sie aber doch anders, oder? Es gibt, auch wenn das Leben falsch ist im Ganzen, dann gibt es doch ein richtiges Leben, wenn ich meine Resonanzachsen pflege. Nein. Naja, nein. Also ich habe mich da in dieser Frage ein bisschen bewegt. Ich habe tatsächlich diesen Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, immer wieder zitiert. Auch eigentlich ein bisschen als Schutzschild, weil ich dauernd gefragt wurde, was ist denn jetzt die richtige Weise des Zeitumgangs? Wie muss ich es denn machen? Was ist die richtige Zeitmanagementstrategie? Und da würde ich auch darauf beharren, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich kann nicht ein strukturelles, gesellschaftliches Problem, nämlich das der Beschleunigung, durch eine innere Gelassenheit oder ein besseres Zeitmanagement bearbeiten. Und das würde ich im Prinzip auch für die Resonanzbeziehungen schreiben. Deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, ich will nicht ein Resonanzcoach werden. Ich glaube auch, dass auch das nicht geht. Resonanz ist eine Form der Beziehung. Und diese Beziehung hat zwei Seiten, in dem Fall ein erfahrenes und handelndes Subjekt und eine entgegenkommende oder eben nicht entgegenkommende Welt. Deshalb habe ich das Buch immer wieder angelegt als eine Kritik der Resonanzverhältnisse. Und die Verhältnisse, die entgegenkommen, die antwortende oder nicht antwortende Welt, können wir nicht alleine gestalten. Das erfordert auch so etwas wie kollektive Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das Instrument der Demokratie ist genau dafür gedacht. Ach, das ist die große Verheißung der Moderne, dass die Institutionen, in denen wir uns bewegen, die institutionelle Wirklichkeit nicht einfach gegeben ist. Die müssen wir nicht hinnehmen. Die ist auch nicht vielleicht von einem Gott geschaffen. So erfahren wir die nicht. Sondern sie ist etwas, was wir aber im Prozess der Resonanz das auf uns antwortet, das wir erreichen können, wo wir uns als selbstwirksam erfahren, aber im Konzert mit anderen. Demokratie gibt uns eine Stimme, die wir hörbar machen können. Vielleicht sogar zu sowas wie einem Konzert mit anderen vereinigen. Aber jedenfalls kann ich die Welt, die mir antwortet oder nicht antwortet und die Verhältnisse nicht alleine bestimmen. Übrigens geht es auch an die Subjektqualitäten heran. Was ich meine ist, wir treten am Morgen, wenn sie aus dem Haus treten und zur Arbeit fahren oder in die Schule oder in die Uni fahren oder ins Sendestudio, mit einer bestimmten Haltung an die Welt hinein. Ich nenne das dispositionale Haltung. Und die kann resonant oder verdinglichend sein, wenn sie gezwungen sind, schnell und effizient zu sein, wenn sie gezwungen sind, in einem Wettbewerbsmodus zum Beispiel zu operieren. Dann werden sie das in einem Verdinglichungsmodus tun. Dann sind sie nicht verletzbar und offen. Dann lassen sie das, was in dem, was sie tun, herauskommt, nicht offen, sondern da müssen sie zielgerichtet handeln. Und oft ist es auch gut. Aber bezogen auf die Demokratie, das ist jetzt auf die Schlussgrade hingesprochen. Wenn ich diese Gesellschaft für nicht veränderbar halte, dann fehlt mir die Resonanz. Das würde ich wirklich sagen. Also dann fehlt mir mindestens ein wesentlicher Teil von Resonanzverhältnissen, weil das deutlich machen würde, ich kann die Welt nicht mehr erreichen und sie erreicht mich nicht. Ich glaube schon, dass vieles von dem politischen Protest, den wir hören, bis hin zur AfD und Pegida, aus dem Gefühl kommt, Politik antwortet mir nicht mehr. Weder werde ich von der gemeint, adressiert, berührt, noch gelingt es mir selbst, mich da hörbar zu machen. Und dann kommt es zu extremen Protestformen, die aber eigentlich dummerweise nicht auf Resonanz zielen, sondern auf Echo, nämlich auf Stummstellen der anderen Stimmen, die Ausländer, die Schwulen, die, wer immer es sein mag, die sollen alle still sein und es zielt auch nicht auf ein Lautwerden oder ein Hörbarmachen der eigenen Stimme, sondern auf ein Aufgehen in einem großen Chor. Ja, Herr Rosa, jetzt sage ich zum Schluss noch, wie Ihr Buch heißt, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, erschienen bei Surkamp. Ich bedanke mich für den Abend, Herr Rosa. Gerne geschehen. Sie können die Gedanken des heutigen Abends in die Welt schicken, auf das Sie Resonanz bekommen, denn man kann ja das philosophische Radio auf WDR5.de nochmal in Ruhe nachhören. Nächsten Freitag geht es um Kreativität. In jedem von uns soll ja angeblich, wenn Beuys recht hat, ein Künstler stecken. Aber heute wird ja Kreativität geradezu verlangt. Wie sehen Sie die Idee vom kreativen Menschen? Schreiben Sie gern an philo.atwdr.de Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de WDR5-Podcast-Angeboten 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 WDR5-Podcast-Angeboten